hallo käsebrot freund so wir spielen naja wir dachten wir packen mal wieder risk of rain aus ja nachdem wir lange nicht geübt haben schaffen wir jetzt level 2 genau das ist also wieder aufs neue der versuch in level 2 zu kommen genau ich bin die zwei du bist die 1 ich bin die 1 mit dem hut ok und was noch mal sache naja wir haben halt wie du unten siehst vier fähigkeiten standardschuss dann kann ich so ein ding werfen das tut ihr nix und der witz ist dass wir halt gegner töten dafür geld bekommen ist ein roguelike spiel und man ein level schafft in dem man ja durch irgendwie so ein portal schreit dass man erst im level finden muss rechts oben läuft halt die zeit und je länger man den level spielt desto schwieriger wird der level genau genau jetzt sind wir auch very easy und das wird im lauf der zeit immer mehr und immer mehr und immer mehr und ja schmutziger und dann kriegen wir auch entsprechend auch mehr patte ok falsch an gibt es ja kein patte kriegen wir auch ja okay an diese dinge hier kann man was kaufen nicht wahr auch kauf mal was ich kaufe mal bei den figuren kriegt man es besteht nur eine chance dass man was kaufen kann ja das funktioniert nicht immer da ist eine gewisse wahrscheinlichkeit hier kriegt man immer was das kann man sich aussuchen bei diesen teleporter dingern oder wir haben ja noch kein geld wir mit drei dollarn ja ja wir müssen erst mal ein paar fischer kalt machen genau darum ist schon jede menge jetzt sagst du ja ich bin schon leider hingerollt anstatt macht man hier unten die jungs platt weil ich komme gleich hoch und helfe dir macht sinn dass wir eigentlich zusammenbleiben ja total deswegen spielen wir auch so gut jetzt habe ich voll aufs maul bekommen spiel über die tastatur das bin ich nicht gewöhnt normalerweise spielst du mal mit pad mal gucken ob ich damit überhaupt klar komme genau so das geld fliegt uns automatisch zu und wir leveln auch hoch ja dann machen wir mehr schaden und können mehr der menschen dealen und die ganzen gegenstände die man irgendwie bekommt die stecken alle ja also man wird immer stärker und stärker und stärker kannst ja noch mal was kaufen von den dingern ach so ja okay was dann jetzt noch wüsste was es ist ich glaube das grüne hier macht das macht das ganz cool ist hier ist weil genau das erhöht dein hält also deine gesundheitsgeneration ja das ist ja das ist ganz fair ja okay und ihr geld kostet woher geld okay es hat ja wohl geld so jetzt müssen wir den teleporter finden ja wir müssen dann auch stark werden bevor wir den endgültig auslösen ja klar klar also jetzt sind wir schon ziemlich stark aber es geht dann noch stärker ja ja deutlich deutlich stärker ich habe doch falsch anbekommen 23 grad eben naja wenn man zu hoch fliegt toll zu fliegende ziele hat das super ja wenn wir uns ja mal früher sagen können ich bin hinter genau so kraxelipopaxeli bumsfallera moment unsichtbar okay ich habe es noch nicht so ganz drauf also nicht so ganz drauf also es waren auszulösen ist ja welche köpfe jetzt war es mal ich meine das alles die shop kann dann habe ich hier dieses seitwärts rollen und so da kann man sich mal schnell optimisieren das ist mein starkes mg da kann ich so weg ballern das finde ich ja ausgesprochen gut aber ich habe ich glaube mir mal dieses ding hier ja ja hast du glück und viel spaß damit ich habe es halt noch nicht drauf naja also wir haben es ja nicht drauf ja wir sind auch immer so sehr ich bin auch wirklich zu bumsvollerat blöde oh gott du musst halt immer gucken dein deutsch ist eine super starke waffe dem müsstest du halt ein deutsch ja also dein deutsch roll meine deutsch weiter dort flow wie also kannst du ja ja das ist super mächtig weil da kommst du sehr schnell naja es ist halt spezial fähigkeiten ja gut ja ich kann ein bisschen rum rollen halt ja ja aber damit kommst du sehr schnell aus deren angriffs reichweiten ja das stimmt ja ach so und du kannst die granat werfen oder wie ich kann eine granate werfen und ich kann mich so für so einen moment so unsichtbar machen okay flinke flinke wollen wir warten bis uns diese qualen da ja pass auf die werden schneller wenn ja ja darum macht es sinn denen immer erst mal ein bisschen so auszuweichen habe ich dir voll eins auf die mütze gebumst und dann gehen die halt in den nahkampf und das müssen ätzend so die machen wir jetzt aber platt ja 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 wichtig ist dass wir bevor wir denen dass das geld auslösen dass wir wirklich alle kisten und alles irgendwie einsacken und uns halt stark machen weil die nächsten level werden halt dann sehr entsprechend sehr viel unangenehm pass auf der hat eine sehr große reichweite gerüchteweise hast du es schon mal auf level zwei geschafft nicht wahr ich habe schon mal in level vier gepackt war es ja aber ja habe ich sagen auf leicht gespielt muss ich zu meiner schande gestehen ja hilfe hilfe oh ja seid ihr für unangenehme jungs da oh kacke ich habe mich voll reingerollt ich trottel wollte ich raus käse roll ich ja ist immer dumm wenn man die schrotti benutzen will und die dessen rein rollt ja ach käsebrot dann aber auch schon fast tot ok wo ja kurz regenerieren warten ich gehe mal oben den troll der oben trollen hallöchen ja pass auf das auch schon stärkere kleiner scheiße du ich wollte ich voll weg und jetzt hier schrotti bums vollerer und jetzt hier schnell mal geschwind hohoho hilfe so sehr schön versuch mal hier dieses ding auszulösen du bist wieder dran ich bin wieder dran räume ich mal rein ich halte hier den rücken frei löst ruhig noch mal aus man kann es dreimal glaube ich was passiert ja es ist immer eine gewisse chance dass man was auch kommt komplett bom ja ok habe ich dir jetzt habe ich jetzt nicht löst du lieber nicht aus die hast du die kannst du auch usen aber die kostet dich immer die hälfte von einem gold wenn du die benutzt okay und jetzt könnte ich den 79 dollar noch mal kaufen oder was könntest du ja aber wir haben nur 75 genau wir gehen wieder runter und versuchen hier mal den freunden hier auf die schnauze ein bisschen druck zu haben gott ist hier mal aus der reichweite aus deutschen oh ja ich krieg auch ordentlich auf die fresse ich kriege ordentlich auf die fresse ich bin voll am arsch ich gehe mal hier runter tschüss oh gott ich bin tot war es ehrlich online weiß es nicht ich sehe mich nicht mehr käse er doch du bist tot ich sehe es scheiße ich habe jetzt wieder 60 jahre cool erster versuch nix denn das war schon mal nichts okay jetzt gehe ich einfach sterben und das war ja ja wir versuchen es noch mal oder ja gut ich meine das ist jetzt wohl wie kenne ich die bombe wo die macht in die bombe news ich glaube mit x ach so ich bin auch schon rot also wir treiben es einfach noch mal kennen ja das ist wirklich sehr desolat aus dieser wald ja wirklich es ist jetzt gleiche das ist immer zufall oder das ist es immer sind immer die gleichen level also es kann ein bisschen variieren aber es gibt zwei oder drei level die man auf level eins spielen kann die sind dann aber immer gleich aufgebaut also wo die sachen und sind das ist unterschiedlich und was man findet halt aber ansonsten die teile kann man immer einsammeln die bringen so ein bisschen erfahrung was so auch mit naja aber das ist cool der tasse kraschen ja jetzt schießt er schießt er immer mal wenn du schießt auch mal eine granate einfach so einfach so ein bisschen ja musst du dich nicht drum kümmern geht es sehr fair das ist nur fair dieses stück dreck und ich mache noch den da hinten schnell platt so schön aus distanz nicht sehr schade waren anfang daran gewaltig trotteln also gut so spannend ist er jetzt auch nicht aber naja das geht schon ab ach so du fuchs ja ja die holz ist noch nicht schaden gekostet ja gut geschenkt voller voller ihr typen ihr boink sterb sterb dankeschön wichtig ist dass man nach möglichkeit immer ein bisschen auf distance bleibt wollen wir mal hier hoch wir wollen total da mal hoch wenn wir hochkommen ich schaff's nicht nähe ich auch so der kleine der ruhe hilfe der kann ja auch ja ja die können auch okay ich hab ich schaff's nicht ich kann da nicht rüber naja dann müssen wir hier irgendwie anders laufen tschüss mach's gut an die doch nicht das war doch geflogen sagt einmal also die kommen gleich noch mal hoch okay okay ich erinnere mich im letzten mal hatten wir schon irgendwie ordentlich so coolen kram und schnick und schnack und so das haben wir dieses mal bisher noch nicht hinbekommen nein aber gut wir waren ja jetzt auch noch nicht besonders weit ne nein definitiv nicht die sind eigentlich ziemlich sang und klanglos eigentlich schon einfach schlecht und schnell verreckt einfach ja irgendwie für 20 dollar was kaufen nee pass auf das ist ganz cool eigentlich weil wenn du die dinge auslöst dann kommen so fünf pappel an die rennen vor dir weg die müssen wir abschießen innerhalb von einer gewissen zeit und dann kriegt man automatischen gegenstand okay ja danke okay dann soll ich ja ja mach mal hast du sie ja also meine habt ihr oben ist noch einer wo was wie verkündet sich dann sind schweinig 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 irgendwo einer ist irgendwo weg ja jetzt haben wir es verkackert oder was ja jetzt kostet ein bisschen mehr halt auch wie man ganz verdummt beutelt jetzt ja ja wir müssen uns beide also wir müssen das ein bisschen üben zusammen einfach weil man ist es schlauer wenn man sich zuerst auf eine richtung konzentriert weil die können halt in alle richtungen weg rennen ja 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 wollen wir es noch mal probieren ja ja da machen wir zuerst was die die nach rechts laufen ok wie mir schnell spielt auch so ok jetzt nach links naja wenn ich nicht probiere es hier ihr schweine ihr habt euch auch ihrem elenden drecksviecher ihr elenden haben wir so keine ahnung ich sehe nichts scheiße haben sich wieder verkackt oder ja ja gar nicht wir sind einfach zu doof man käse wir sind nicht gut gehen ist aber links oder lassen die hier einfach zufrieden interessiert mich gar nicht mehr typen und ich freue mich wieder rein ich voll idiot manchmal weiß der da fragt man sich schon wirklich was eigentlich los ist ja kaputt und komisches vielzeugs blödes gott war da war da war da war da war ja und wieder reingerollt ich mache es immer wieder falsch ich will die die schreue benutzen und räume ich meine ich der hilfe bürger wo ja es nie besonders gut da drin stehen zu bleiben mehr ob okay jetzt haben wir sie aber mal ordentlich platt geschossen ja es gab ein bisschen level aber es tat auch ziemlich weh definitiv ok waren wir waren wir denn hier oben schon ich weiß nicht aber hier gibt es wieder was zu kaufen ja okay dann warte die sind ja gar nicht mehr so leicht die nene sobald die eine farbe haben sind die stärker es gibt von jedem wie quasi dann noch so ein upgrade das eine macht dann feuer das andere vergiftet rum und so ne so ein scheiß und so ein scheiß genau okay gut so wir haben aber ordentlich kohle baller baller oh ja wir sind ja voll reich stoppt oder einhalten gut jetzt hier jungs ok kaufte mal was soll ich ja ja ich kann ja dann auskaufen da ist ja hier gibt es jedes mal da nur ab nur eins aber du kannst haben beim nächsten so ok machen wir die hier auch noch mal schnell hin ok ich mag jetzt mal ein bisschen coolen gier haben und so ist in raketen und gedinkse und gebucht und heraus nur mal gucken ob wir hier irgendwo was schild oder ach ja morgen daher so wir können jetzt hier hoch gehen ja also wenn man es kann natürlich man kann dann kann man ja kann man da ist das geht das lösen wir jetzt aber noch nicht aus so immerhin jetzt wissen wir schon mal was ist ja sondern wir gucken erstmal da weiter ach so wenn wir es auswiesen kommt der boss dann kommt der boss und dem muss man man muss halt eine gewisse zeit überleben dann geht es weiter dann ist man auf easy wird auch das gedacht ja ich nicht ja das wird dann gleich richtig knüppel hart war aber so dann kannst du mal was die brillen sind ganz cool empfehle ich so die items sind immer die gleichen ja die stecken aber auch also wenn du fünf mal brille hast dann damit der mensch klingt ach so wir haben eine gute gerade hier eine fläche ich löse das mal aus ja äh ja und die scheißbombe die scheißbombe du kannst auch noch mal auslösen okay dann ja okay nimm mal den pilz was basteln fang ist ja ja die kreis so schneller wenn du auf der stelle stehst dann kommen so pilz um dich rum lecker pilz eine sache dass wo es ist denn hier unten ich weiß nicht willst du es nehmen soll ich es nehmen ich muss mal okay mein viert ja kannst du jetzt auslösen wenn ich weiß wie dann kann ich ja und das ist jetzt auch wieder geld nee das kostet jetzt kein gelb war ja da und ich kann mich nicht selbst die luft sprengen oder okay ach so aber jetzt habe ich okay nee okay mach mal da kommt man auch einfach so das ist jetzt der boss oder das ist eine eklige wurst ist ja ja das ist inzwischen boss der kann einfach mal auftauchen der k k k jünger ist doch mal ein scheiß du unangenehmer gestelle regmann mein fehlt wenn ich jetzt noch mehr hier das ganze switchen kann ich ja auch du siehst immer wurde er auf dem boden dort wo hier ist es kein guter platz wir sollten uns ein bisschen hier zurückziehen komm mal mit käse komm ich bin tot ja shit maybe next time maybe next time gott alter ernst hat das ist aber echt eine übungssache also wenn man stirbt ist man selber schuld ja also ich bin jetzt auch nicht mehr so gut dass ich eine zeit lang intensiver gezockt habt flutsche das auch mehr dagegen ist immer besser ja ja auf jeden fall naja es ist schon ganz witzig offen wir haben ja vielleicht musst du noch mal dein pet mitbringen dann müssen das mal beide mal noch mal mit naja ja genau ja vielleicht musst du das mal mit patch naja gut das war unser zweiter beziehungsweise dritter versuch mal level 2 zu erreichen und irgendwann trainen wir es mal wieder erkennen irgendwann trainen wir es ergänzen ja genau ja ja genauso als kleinen fakt farbtopfer im im täglichen einerlei genauer genau gut ja dann blöd was die welt scheiße ich hast mir leben ich verpiste ich gehe so verpiste genau wenn ich einem arsch weise lauf bist du ja tschüss tschau 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 magma wurm alter